Mischblatt gemacht, haben uns da neue Loot von Misch angeguckt. So, dann wollte ich da oben looden, war aber leider schon geloodet, nicht gehabt. Und jetzt gehen wir gerade noch die Hünderdurchstelle looden, wenn die nicht auch schon leer gemacht wurde, keine Ahnung. Ist halt immer ein lukratives Plätzchen da. Und danach ziehen wir ein komplett... Hä? Was zum... Okay, ich nimm's mal mit. Danach ziehen wir ein kompletter verlassener Bunker durch. Alles, was ein verlassener Bunker machbar ist, ziehen wir durch. Ayo!